Ja, doll freue ich mich. Ich bin ein bisschen irritiert, weil in meinem Kalender steht, dass ich heute ein Open-Air-Konzert spiele. Aber ist keins. Wir spielen in dieser wunderschönen Halle. Haben schon gesound-checkt, haben richtig Lust. Und es wird richtig schön, glaube ich, heute. Ich freue mich sehr auf die Bayreuther. Meine Ex-Schwiegeroma ist Bayreutherin. Vielleicht kommt die auch. Dann ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß bei uns im Bayreuther. Danke sehr.